Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3 Enhanced Edition. Das hier ist die Burg innerhalb von Vanguard, in der sich der König von Britannia aufhalten soll. Mit dem müssen wir jetzt, oder sollten wir jetzt am besten gleich sprechen. Eine Audienz beim König vorlassen wird man uns auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass es jetzt hier nicht wieder irgendwie laggt. Garde, kein Problem, komm mal rein. Okay, das hier ist so ein typischer Burgfried. Äh, oder Bergfried. Je nachdem, wie man es sagen möchte. So, Wandorn. Das wird wohl nicht der König sein. Der König ist da hinten wahrscheinlich irgendwo, ne? Sprechen wir erstmal mit Wandorn. Ach genau. Seit die Orks uns belagern, hat sich die Qualität meiner Ware nicht verbessert. Aber vielleicht findest du ja doch noch was, was dir gefällt. Das war derjenige, der hier handeln kann. Zeig mir deine Ware. So, was haben wir denn hier? Bastardschwert. Für 16.000 Volt. Langenschwert. Keine Pfeile, nix. Das ist, als ob alle nur mit dämlichen Bolzen schießen würden, ne? Da könnte ich auch schon wieder hier einen Schreikrampf bekommen. Hier, da kannst du die ganzen Waffen haben. 16.600 ist zu viel. Eines kriegst du noch. Und ich jetzt bei 16.000, genau. Zack. Holdausgleich. Zack. Tauschen. Wunderbar. Schön. Wenigstens goldtechnisch war der Spaziergang hier in Vengard auf jeden Fall eine gute Sache. Geht dir noch irgendwas? Machst du Witze? Es mangelt hier an so ziemlich allem. Wir werden hier ausgeblutet und das schon seit Tagen. Das Nötigste, was ich brauche, ist Werkzeug. Hämmer, Sägen, einfach alles. Unsere Stadt wurde geschliffen. Wenn wir sie wieder aufbauen wollen, brauchen wir so einiges. Ich besorg dir das Werkzeug. In Ordnung. Wir brauchen zehn Hämmer. Dann brauchen wir fünf Sägen. Zu guter Letzt brauchen wir noch etwa 20 Spitzhagen. Tja, jetzt schau mich nicht so an. Ich habe den Krieg nicht angefangen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Der Spitzhacken. Ich kann noch nichts davon, ey. Oh, wahrscheinlich. Hier. Könnte ich ihm kaufen. Könnte ich ihm abkaufen. Könnte ich ihm echt die Spitzhacken abkaufen? Und es kommt noch schlimmer. Wenn er so weiter macht, wird das Ziel aus. Muss ich ja wohl, hä? Tja, jetzt haben wir ein mächtiges Problem. Ich glaube, ich will das gar nicht. Koldausgleich. Ist das dein Scherz? Okay, tauschen. Dann gib ihm mal die Hämmer so. Wie viele habe ich denn davon jetzt schon? Eine, die werden sich niemals ändern. Warum nicht? Ich habe zwei Spitzhacken. So, das sind die Werkzeuge. Ich habe acht Hämmer. Sägen habe ich nicht eine einzige. Wow. Ich dachte, wenigstens Sägen hätte ich irgendwie. Ja, schön. Da haben wir ja auch einiges zu tun. Die Sachen zu organisieren. Das wird ja auch ein schönes Stückchen Arbeit werden. Zeig mir deine Ware. Auch ein normaler Händler hier. Auch der hat ein bisschen was. Dietrichel. Hier kriegst du die ganzen Armenbrüste. Klingelstab brauche ich auch nicht. Hällebade brauche ich auch nicht. Bastige Streitachs brauche ich nicht. Kompositbogen brauche ich auch nicht. Genauso wenig wie die ganz normalen Bögen hier. Und es kommt noch schneller. Das Zeug ist zu viel Gold wert. Knüppel kann er auch haben. Goldausgleich. Zack. Tauschen. So. Gut. Befreiter Sklave. Befreiter Sklave. Befreiter Sklave. Rebellin. Hier ist ein Bett. Was ist da? Nix. Ich dachte erst, das ist noch so ein kleiner Geheimgang. Aber das wäre dann auch schon zu schön gewesen. Ich wette, diese ganzen Toden. Da sind eine ganze, ganze Menge schöne Sachen drin. Aber an die komme ich wohl einfach nicht dran. Da hätte ich mich wahrscheinlich den Orks anschließen müssen. Denn für die Orks hätte ich mit Sicherheit den König töten müssen. Ich bin ziemlich sicher. Guck mal, die haben immer nur Bolzen. Nur Bolzen. Was ist denn hier drin? Befreiter Sklave. Komme ich nicht mit weit. Wir müssen jetzt hier nochmal runter. Also besonders ertragreich ist die Burg jetzt hier nicht. Ja, dann wird man klug. Noch hier nix. Nix interessantes. Befreiter Sklave. Garde, garde. Keine besonderen People. Hier auch nicht. Aber hier ist noch ein Händler. Jo. Ja, nochmal eine Spitzhacke. Schön. Den Hammer hat er auch nochmal. Aber Sägen haben sie alle nicht. Die Dresche kann es mir auch geben. Kriegst dafür die Waffe. Hab ich sonst noch was, was ich verkaufen kann? Die ganzen scheiß Schilde brauche ich auch nicht, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Goldosla, ich tauschen. Keldron, das ist der Schmied der Burg, nehm ich mal an. Endlich jemand von draußen. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Willkommen. Lass mich dir meine Waffen zeigen. Ich hab irgendwie das Gefühl, die Synchronstimmen wiederholen sich in Gothic 3 noch öfter als in Gothic 2 und Gothic 1. Diese Stimme kommt mir unglaublich bekannt vor. Keine Ahnung. Kannst du mich das Schmieden lehren? Meine Fähigkeiten halten sich in Grenzen. Meine Fähigkeiten als Lehrer erst recht. Die wahren Meister und Lehrer der Schmiedekunst findest du in Nordmar. Brauchst du für deine Schmiede noch irgendwas? Wir brauchen Waffen. Die Paladine liegen in ständigem Kampf mit den Orks in der Stadt. Ich komme mit dem Ausbessern schon nicht mehr hinterher. Wenn ich 20 Waffenbündel hätte, könnte ich unsere Truppe wieder voll ausrüsten. Ich besorg dir die Waffen. Viele Waffen sind immer noch in den belagerten Gebieten der Stadt. Die Orks lagern dort viele gesammelte Waffen der Menschen, mit denen sie selbst nichts anfangen können. Sie bewachen die Waffen, damit wir Menschen sie nicht wieder gegen die Orks richten. Hier sind deine 20 Waffenbündel. Dank dir. Ah. Ohne mutige Menschen wie dich wären wir schon lange verloren. Hier, nimm das von mir als Schmied. Ich war mir nicht sicher, ob ich 20 davon habe, aber ich hatte tatsächlich noch 24.000 Gold. Schön. Schön. Also diese Waffenbündel, diese Quests gibt es anscheinend für beide Fraktionen. Orks und Menschen. Beziehungsweise Rebellen. Schön. Sehr schön. Rebellen. Sklave. Aber ansonsten ist hier nicht viel für mich. Es sind nur so ein paar Questmobs hier. Hier ist noch meine Truhe. Und die ich auch einfach ganz dreist dran nehe. Nimm alles. So. Ich speichere hier nochmal. Würde mich nicht wundern, wenn ich gleich des Diebstahls wieder bezichtigt werde. Wobei man hier eher sagen muss, überführt, weil ich ja tatsächlich gestohlen habe. Aber. Bis jetzt scheint hier niemand Mucken zu machen. Garde. Hier kommen wir auch einfach rein. Paladin. Garde. Paladin. Wenn wir den König töten wollen, hätten wir an den ganzen Leuten hier vorbeigemusst. Garde. Feuermagier. Garde. Quatsch ich mal mit dem Feuermagier. Ach, mit dem kann ich handeln. Zeig mir deine Ware. Der redet auch kein Wort, ne? Ja, okay. Feuerpfeil kannst du mir mal alle geben. Boah, sind die teuer. 640 Gold. Guck mal, hier geht's sogar nach draußen weiter. Okay. Quatsch schon mal mit dem König. Lange genug herausgezögert. Guck mal, wie die einen hier wirklich alle fokussieren. Guckt euch das mal an. Unglaublich. Willkommen, Retter. Deine Taten sind dir vorausgeeilt. Die Stimme kommt mir bekannt vor. War das nicht die aus der Bitburger Werbung? Ich weiß es gerade auch nicht. Wegen deiner Befehle bin ich überhaupt erst in der Barriere gelandet. Wegen deiner Befehle bin ich überhaupt erst in der Barriere gelandet. Und konntest so herausfinden, wer du wirklich bist. Du warst es doch, der den Schläfer besiegt hat und die Drachen von Korinus. Meine Wachen haben dir lediglich einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Wieso Retter? Innos selbst sprach zu mir. Er sagte, dass ein Schiff unsere Rettung bringen wird. Ich sandte die Esmeralda aus und sie brachte dich. Was ist zu tun? Zweifellos hast du bereits Großes geleistet. Aber wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, dann wirst du noch mehr Großes leisten müssen. Viel mehr. Ich beauftrage dich mit einer wichtigen Mission. Was ist das für eine Mission? Die Orgs haben diesen Krieg nur gewonnen, weil Xardas sich mit ihnen verbündet hat. Er hat seine dunkle Macht eingesetzt und unsere heiligen Runen unwirksam gemacht. Jetzt lässt er Ausgrabungen in der Wüste vornehmen. Er sucht irgendwas. Ich will, dass du Xardas aufsuchst. Finde heraus, welche Pläne er verfolgt. Verstehe. Das war's. Das war die Audienz mit dem König. Mehr gab's nicht. In die Wüste. Boah. Das hab ich aber mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hab ich eine ganze Kleinigkeit mehr erwartet. Oh, Sklaventod. Schön. Nicht mega viel Gold wert, aber immer ein bisschen was. 1.700. Hier, guckt euch das mal an. Ich laufe gerade aus, der kommt hier nicht hoch, weil der hier im Fest steckt. Also es ist noch nicht ganz buggy-frei. Muss man, muss man, muss es sagen. Also, dieses Spiel ist kein... Oh, hier ein Teleport-Stein. Direkt in die Burg. Auch schön. Also dieser Teleport ist auf jeden Fall nicht, äh, äh, dieser Teleport. Was rede ich denn, um Gottes Willen? Dieses Spiel ist definitiv kein hundertprozentiger, würdiger Nachfolger von Gothic. Das ist mir einfach jetzt schon mittlerweile klar. Und ich glaube nicht, dass es da noch große Sachen gibt, äh, die mich da eines anderen überzeugen können. Aber warten wir es mal ab. Aber es ist ein schönes Spiel, das nur so kurz am Rande gerade. Und hier ist Charybdo. Da bist du ja endlich. Ich bin Charybdo, oberster Feuermagier des Reiches. Lass uns keine wertvolle Zeit vergeuden. Wir müssen reden, Retter. Was willst du von mir? Die Runenmagie, wie wir Magier sie kannten, ist nicht mehr. Xardas hat ganze Arbeit geleistet. Sein Verrat an dem Orden des Feuers ist unverzeihlich. Wir müssen das alte Wissen erforschen und ergründen, wie wir ohne die Hilfe unserer Runen wieder Magie wirken können. Und du musst den Paladinen helfen, wieder einen Weg zur Magie zu finden. Erzähl mir mehr über das alte Wissen. Die Artefakte des alten Volkes sind überall im Land zu finden. Du musst Artefakte finden, die die Macht der Magie in sich bergen und erlernen, die alte Magie zu wirken. Je mehr du lernst, umso mehr werden auch wir von deinen Erfahrungen profitieren. Wie komme ich am besten wieder aus dieser Stadt heraus? Ich habe drüben auf dem Alchemie-Tisch einen Teleportstein verwahrt, der dich sicher aus der Stadt bringen wird. Ich habe ihn bisher niemanden anvertraut oder selbst benutzt, da ich wusste, dass du kommen würdest, Retter. Oh Gott, das nervt mich, dass der mich immer die ganze Zeit irgendwie Retter nennt. Erzähl mir mehr über die Barriere, die die Stadt umgibt. Man sollte einen Barrierenzauber niemals leichtfertig einsetzen. Wie auch immer. Als die Orks diese Stadt angriffen, hatten wir keine andere Wahl. Die Eigenschaften eines solch mächtigen Zaubers sind sehr instabil und unvorhersehbar. Denk doch nur an die Barriere im Minental von Korinis. Was für eine Katastrophe. Allerdings. Wann werdet ihr die Barriere wieder entfernen? Das wird erst geschehen, wenn die Orks besiegt sind und uns nicht mehr bedrohen. Nur Enos allein weiß, wann es so weit ist. Bring mir etwas über alte Magie bei. Okay, der kann einem hier ganz normal ein paar Magic Tricks beibringen. Wo ist Xardas jetzt? Du weißt, dass wir schon sehr lange von der Außenwelt abgeschnitten sind, Retter. Wenn jemand seinen Aufenthaltsort herausfinden kann, dann bist du es. Was soll ich für die Paladine tun? Meine Ordensbrüder im Kloster in Nordmar arbeiten an einem Plan. Mit Hilfe sogenannter Feuerkelche soll den Paladinen ihre Magie zurückgegeben werden können. Genaueres darüber weiß ich leider nicht. Ich bin hier schon zu lange eingeschlossen. Es gibt zwölf Kelche. Sie sind über das Land verteilt. Finde sie und bring sie nach Nordmar, Retter. Der Paladin Markus versucht schon seit Tagen, dir einen Feuerkelch zu bringen. Markus ist eine treue Seele. Er ist nicht der Mutigste. Aber man kann sich auf ihn verlassen. Okay. Liebe Leute, zwölf Kelche. Wunderbare Aufgabe. Dieser und anderen widmen wir uns im nächsten Part. Ich mache hier Pause und wir hören uns. Macht's gut bis dahin. Ciao. Wunderbare Aufgabe. Wunderbare Aufgabe. Wunderbare Aufgabe. Wunderbare Aufgabe. Wunderbare Aufgabe. Vielen Dank.